wir müssen ja noch Dings fertig machen jetzt müssen nur noch die anderen raten welchen wir an Dings arbeiten an dem Spiel und ja für die OGM ist mittlerweile auch ein Entwicklerstudio ja gesagt da kommt das ist eine schlaue Idee ist nachts in den Wald zu gehen ich habe jetzt gedacht die sind erstmal so wagemodig und kämpfen gehen das Auge kannst ja schon mal spawnen wenn er will hast du das Auge überhaupt dabei ich bin guck mal wo ich bin ich muss grad gucken guck erstmal bei dir in den Drohne was ist denn da guck mal schnell nach ich glaube aber das ist noch in der Drohne drüben ja ich schau mal kurz hier auch kaum Astronauten-Zombie ich bin schon ans Bett gebunden ich hab grad die ganze Zeit ey ey Tino ich muss sagen ich glaube wir haben gestern ein bisschen zu viel Star Wars gezockt weil wie ich Penn war und bin heute morgen wach geworden ey ich hab voll den derben Star Wars rumgekommen so richtig mit Questen und so ein Schein ne das nicht ich ich hatte das Vergnügen gehabt und habe Wette kennengelernt das nennst du Vergnügen ach also im real life ist die sympathische what the fuck wir haben die Tür Michael wir haben die Tür offen gelassen ich hab das Auge dabei ich hab das Auge dabei ja warte ja warte ja warte gut perfekt auch jetzt ist das so ein Schritt ich hab nen Bogen bei mir aber in einer Drohne muss man nachschauen hat's glaube ich auch noch Waffen drin muss man nachschauen hab ich den da Coolieback Thresher Hunter Thresher Hunter Pants ich brauch keinen also ich hab vier also ich hab vier braucht jemand nen Mana Stern mal gucken mal gucken ok äh ich brauch jetzt noch nen Haken ich mein in der Drohne gab es doch noch nen Haken irgendwo da heul doch so bevor es ums Auge geht ich hab wie so ein Grappling Haken du machst ja das viel zu einfach ich hab damals ich hab' Jungs bevor es ums Auge geht äh kriegt ihr davon ihr noch nen Körpers Glück und Minecraft kam damals wer das privat gesagt hat dem Trank und dem Trank und der Suppe und dem das hab ich gar nicht gebraucht was ich hab momentan äh äh ein wunderschein ey was boah scheiß Superheldenzombie da hat grad die Tür aufge- kracht he so Spawnpunkt muss man setzen so Spawnpunkt muss man setzen na 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 und hahaha zu Port genau Goldbart Tino fangen ui 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 so wie kann ich doch mal den Ball aufnehmen ui ui irgendwie kann ich doch ui 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 ach stimmt aber ein Wunder ui guck 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 na der Bumerang ist gut der vertauberte Bumerang ui 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 nein dein Bumerang wie geht da rein hier steht da irgendwie was genaueres dran weil da macht richtig viel critical irgendwie sonstwas nahkampfschat an 4% kritische Trefferschance sehr schnell der starke rückstoß Material ja irgendwas 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 und auch 11 12 wäre doch geht ui 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 Pumpkin pie Wow Mach mal die Tür zu verdammt So K 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 Stehen muss ich jetzt noch ein Geld mit dem Sorge Auf Der der Tügel ist aus Versehen Und mich mit Pfeilen aus War nicht gefallen und nicht gestorben was im Teufel ist los Ah ok Muss ich aber auch noch mal kurz das Spiel neu starten weil ich hier keinen Ton drauf hab Und nicht gestartet denn weil ich es bereits noch zum starten Dings ist Ja halloween sell ihr mich auch Sollt wissen sie welchen Monat es ist Ah ok Halloween soll anfangen januar Genau Krieg's ne heiße Schnitzel voller Braten verträgt ins Gesicht geklatscht deswegen Und die ersten Minen sind kaputt aber was auch immer da liegen Da hab ich dann mal her dachte da komm ich doch da durch Wunderschön Hei, oh, mit Cthulhu! Oh Gott! Auge von Cthulhu! Ach, du spürst Auge! Wo? Ah, da! Kommst du von mir? Nur was kannst du da anhaben! Kill this bitch, kill this bitch! Ja, da kommen wir hoch aufs Dach! Bitchy, bitchy, bitchy! Bitchy, bitchy! Ich war das gestern nochmal bei The Old Republic, Tino. Mit dieser, mit dem, mit der Jedi, mit dem Jedi-Mädel und der Anspielung mit dem Knuddelbär. Und ich war fertig ausgesprochen, schon voll den Impaangriff von dir abgekriegt. Da hat sie dir gezeigt, wie man, ne? Knuddelbär. Da sind wir meine Autorität als Frau! Ja, genau. Schieß rauf, Junge, schieß! Komm jetzt ja nicht hoch da, meine... Oh mein Gott, das wird schmutzig! Das ist gerade mal 3! Alter, ich glaube, es wird Tag! Wir werden 3 Wochen morgen! Reinhauen! Schaff mal! Toll, dass du so ein Mini-Auge bauen sagst! Okay, aus, ne? Ja, das ist... und da wird! Glocke! Mein Gott, die Welt geht unter! Wuuu! Ich hab alles gekriegt! ich bin ich hätte ja alles aufgeteilt yes was zum erst mal machen wir jetzt als allererstes was wir mit dem dämonitor machen ist eine spitzhacke eine so das machen wir jetzt ein paar mal bis wir genügend dämonitor erz haben ich bin der scieber mit hub versus getopter Untertitelung des ZDF für funk, 2017